Kommt zu einem neuen Video auf dem Kanal ComedyPur. Heute öffne ich nochmal zwei Booster von den Match Tag 1617 Karten. Ja, und dann öffne ich mal das erste. Oh, oh. Oh, nein, nein, nein. Habe ich nicht gerade gesehen. Der Live-Code. Ach, den zeige ich jetzt schon. Dann haben wir Arnte Rebic, neuer Transfer. Yannick Haberra. Yoshinori Muto. Alexander Baum-Johann. Almok-Chohen. Yace Olko, Torjäger. Bernd Leno. André Hahn. Und Klubkarte. 1. FC Kaiserslautern. Und Raphael Matchwinner. Endes Zweite. Da nochmal der Code. Da heute noch Emil Forsberg. Oma Machel. Valentin Stocker. Joes Rodriguez-Allrounder. Joes Rodriguez-Allrounder. Alexandru Maxime. Geiko Kaxa. Oder wie er heißt. Raphael Torjäger. Leon Goretzka. Und Klubkarte. Heidenheim. Und Lars Bender. Kapitänskarte. Dann nochmal hier die Live-Codes. Und das war's von dem Video. Mit zwei Booster. Wenn es sicherfalls zu der Bewertung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.